Über 60.000 Aufrufe auf TikTok bekommen innerhalb von zwei Tagen und das als kompletter Anfänger. Willkommen zum Video und in diesem Video werde ich dir mal meinen neuen Account zeigen auf TikTok. Und zwar hier diesen Account habe ich vor zwei, drei Tagen gestartet. Dabei zahle ich null Follower, das heißt ich habe ihn komplett von null neu aufgebaut und ich habe jetzt innerhalb von zwei Tagen, wenn wir hier mal auf die Analyse gehen, habe ich innerhalb von zwei Tagen über 60.000 Aufrufe bekommen. Hier jetzt heute schon 65, der Tag ist aber wie gesagt noch nicht vorbei. Und ja, wie habe ich das Ganze geschafft? Und zwar, ich habe da eine bestimmte Strategie verwendet. Und zwar, ich habe bei jedem Post immer fünf bis sechs Hashtags verwendet und habe ja auch den Trend-Hashtag verwendet. Das heißt, der Trend-Hashtag, das ist ein Hashtag mit einem blauen Haken hinter und ja, viele haben gesagt, dass sie den nicht finden. Den kann man aber eigentlich immer recht schnell finden, indem man einfach nach TikTok-Trends sucht und dann kommt man eben auf die Trend-Seite und kriegt mehr Aufrufe bzw. auf die VU-Page. Und ja, man braucht wie gesagt nicht viele Follower. Ich hatte am Anfang null, habe jetzt um die 300, aber trotzdem über 60.000 Aufrufe. Wir sehen hier, wenn wir auf Follower gehen, sehen wir hier, dass es ziemlich ausgeglichen ist, sogar mehr weibliche als männliche Zuschauer und natürlich hauptsächlich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, wir sehen hier auch, die Follower-Aktivität ist recht konstant hier am Tag. Natürlich nachts nicht so hoch, aber am Tag natürlich deutlich höher. So, und ja, was ich auch noch gemacht habe, ich habe in die TikToks immer Rätsel eingefügt. Das heißt zum Beispiel, ich habe ein Rätsel gestellt und dann gefragt, wer kennt die Antwort? Und dann kamen dadurch auch noch mehr Kommentare. Deswegen mehr Kommentare, sorgen auch für mehr Aufrufe, weil TikTok dann sieht, okay, das Video ist interessant, das zeigen wir mal mehr Leuten. Ja, und ja, merkt euch das, mehr Hashtags verwenden, den Trend-Hashtag verwenden, ganz wichtig, und nach Kommentaren fragen. Ja, wenn ihr das Ganze nachmachen wollt und damit Erfolg habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ansonsten, falls ihr mit TikTok Geld verdienen möchtet, könnt ihr euch gerne den Link in der Beschreibung anschauen. Dort gibt es einen Kurs, der ziemlich gut ist zum Thema Geld verdienen mit TikTok und den kann ich sehr empfehlen. Okay, ja, abonniere diesen Kanal für weitere Tipps zum Thema TikTok und ja, dann genieße das warme Wetter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.